10 Uhr vormittags an einem ganz normalen Wochentag. Michael Kliebenstein, Geschäftsführer des Niederbayernforums, macht sich auf den Weg zu seinem ersten Termin des Tages. Ein vergleichsweise entspannendes Meeting, nur wenige Meter von seinem Büro entfernt. Es geht um die Förderung und Begleitung von Start-up-Unternehmen und Existenzgründern. Das bedeutet, hier wird ein Business Angels-Netzwerk aufgebaut werden. Es wird ein Kapitalgeber-Netzwerk in Niederbayern aufgebaut werden. Und das Niederbayernforum ist hier natürlich mit dabei, weil wir hier die Aufgabe der Vernetzung sehen, der Vermarktung nach innen. Und deswegen werden wir uns heute das erste Mal kennenlernen und das Thema besprechen, wie wir das in der Breite auch spielen können. Dabei soll Unternehmenskapital, also Gelder, die von Firmen bereitgestellt werden, helfen, junge Existenzgründer auf dem Markt voranzubringen. Große Einigkeit herrschte schnell, was die Möglichkeiten und Konzepte betraf. Schließlich verfolgen alle dasselbe Ziel. Zumindest zeigt sich der Geschäftsführer vom Bayernkapital, Roman Huber, sehr zufrieden mit den Gesprächen. Ich glaube, wir haben ein sehr konstruktives Gespräch geführt, insbesondere auch durch die Anwesenheit und die Mitwirkungsbereitschaft des Niederbayernforums. Denn alle diese Dinge haben auch die Notwendigkeit der Sichtbarkeit am Markt. Die Leute, alle, die es angeht, müssen erfahren davon, was man für Möglichkeiten hat, hier was zu finanzieren, aber auch, welche Möglichkeiten es gibt, finanziert zu werden. Und genau hier setzt man unter anderem auf das Netzwerk des Niederbayernforums. Das Regionalmarketing geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung zurück und wurde 2002 aus der Taufe gehoben. Seit 2011 gibt es den Verein Niederbayernforum e.V. und in dieser Zeit ist die Zahl der Mitglieder und damit die Reichweite und Vernetzung stetig angestiegen. Nach diesem Gespräch geht es gleich weiter zum nächsten Termin für das Niederbayernforum. Was bis zum Feierabend allerdings noch alles ansteht, das zeigen wir morgen wieder in unserer Wochenserie. Einen Tag lang haben wir den Geschäftsführer des Vereins Niederbayernforum bei seinen Tätigkeiten begleitet. Um das Regionalmarketing weiter voranzubringen, hat sich Michael Kliebenstein am Vormittag mit Vertretern des Unternehmens Bayernkapital getroffen, um Möglichkeiten und Konzepte für junge Unternehmen und Existenzgründer auszuarbeiten. Nach erfolgreichen Gesprächen geht es für Kliebenstein nun zurück in sein Büro am Landshuter Regierungsplatz. Zuerst wird aber noch eine kleine Lieferung begutachtet. Damit das Niederbayernforum künftig noch mehr Aufmerksamkeit erhält, werden bei Veranstaltungen informative Roll-Ups aufgestellt. Diese sind eben geliefert worden und natürlich wird erst einmal ein Blick auf die neuen Werbeflächen geworfen. Da es daran nichts auszusetzen gibt, geht es nun entspannt an die Aufgaben, die auf dem Schreibtisch warten. Und das ist die Gelegenheit, einmal genauer nachzufragen, was es denn nun mit dem Niederbayernforum genau auf sich hat. Und wer könnte das besser wissen als der erste Vorsitzende, Niederbayerns Regierungspräsident Heinz Grunwald. Wir machen jede Menge Aktionen, jede Menge Marketing-Aktionen, auch Service für die Unternehmen, das hier ist. Zum Beispiel gibt es schöne Argumentationshilfen, wie man Mitarbeiter von weiter weg nach Niederbayern locken kann, weil Niederbayern eben ganz anders ist, wie manche Leute denken. Wir haben dieses Botschafter-System, die Niederbayern-Botschafter, was sehr, sehr gut ankommt. Wir haben auch eine Niederbayern-Botschaft mitten in München, was die Münchner durchaus ärgert. Wir bemühen uns, mit ganz verschiedenen Aktionen Niederbayern voranzubringen, auch das Verständnis für Niederbayern zu stärken. Und das läuft ganz prima. Also die Unternehmen, unsere Mitglieder sind damit zufrieden. Und ich denke, es müsste sogar noch mehr getan werden, denn auch Niederbayern braucht intern ein Wir-Gefühl. Niederbayern ist ziemlich groß, wie Sie wissen. Also es ist 30 Mal so groß wie München, hat gleich viele Einwohner, aber es ist 30 Mal so groß. Und da ist natürlich zwischen dem westlichen Teil und dem östlichen Teil, da gibt es durchaus unterschiedliche Interessen. Das heißt, man muss immer wieder schauen, dass die Niederbayern sich auch als Niederbayern fühlen. Und das machen wir. Und was sein Geschäftsführer nach getaner Büroarbeit machen muss, das zeigen wir im dritten Teil und damit bei seinem dritten Tagestermin. Nachdem der Geschäftsführer des Niederbayern-Forums neue Kooperationen geknüpft und die Schreibtischarbeit erledigt hat, geht es nun für ihn zum ersten Termin außerhalb Landshuts. Dort trifft er unter anderem den Regierungspräsidenten, den Bürgermeister und den Landrat, um eine Auszeichnung zu überreichen. So, wir sind jetzt in Reisbach und werden in etwa fünf bis zehn Minuten das Unternehmen Bayernpark zum Top-Unternehmen Niederbayerns auszeichnen. Wir werden gemeinsam die Urkunde überreichen an die Familie Holzer und wir sind sehr stolz, dieses sehr, sehr wichtige Unternehmen für Niederbayern auszeichnen zu dürfen. Bayernpark hat im Jahr rund 350.000 Besucher. Das ist wirklich viel. Es werden etwa knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt und wir freuen uns wirklich, dass wir dieses tolle Unternehmen in Niederbayern, das so wichtig ist, auch für den Familienstandort, haben und auszeichnen dürfen. Am Ziel angekommen treffen wir bereits auf erste Bekannte. Nur Landrat Trap mimt den Nachzügler, kommt aber gerade noch rechtzeitig zu der Truppe Gratulanten hinzu. In entspannter und gemütlicher Runde wird über den Grund der Auszeichnung geplaudert und mögliche Ideen angerissen, die den Standort vielleicht sogar noch attraktiver gestalten können. Da der Bayernpark erst am 28. März aus der Winterpause erwacht, können sich die Protagonisten ganz ohne Nebeneinflüsse auf das Pressefoto konzentrieren. Top-Unternehmen Niederbayerns. Eine Auszeichnung, die für den Familienbetrieb recht überraschend kam. Also ich war sehr überrascht. Vor einigen Wochen ist ein Anruf gekommen vom Landratsamt, dass wir die Auszeichnung bekommen haben. Also ich weiß nicht genau, wie wir es bekommen haben. Die Urkunde soll übrigens so platziert werden, dass sie von den Besuchern auch gesehen wird. Für Michael Kliebenstein geht es im Anschluss direkt weiter nach Deggendorf zum nächsten Einsatz. Um was es da gehen wird, das sehen Sie morgen im vorletzten Teil unserer Wochenserie. Ein Tag mit dem Geschäftsführer des Niederbayern-Forums. Um das Thema Regionalmarketing weiter voranzubringen, arbeitet Michael Kliebenstein täglich seinen Terminkalender ab. Und wir durften ihn einen Tag lang begleiten. Zuletzt war er im Bayernpark in Reisbach. Der Familienbetrieb wurde zum Top-Unternehmen in Niederbayern ausgezeichnet. Nun gleich im Anschluss. Autobahn, auf zum nächsten Termin. Das Ziel? Deggendorf. In Deggendorf treffe ich den Markus Püringer von Atelier & Friends. Atelier & Friends hilft uns ein wenig bei der Realisierung des Glasatlas. Glasatlas ist eine Publikation des Niederbayern-Forums, die sich mit der Gesamtkompetenz des Industriebereichs Glas in Niederbayern beschäftigt. In Deggendorf angekommen, trifft sich Kliebenstein mit Markus Püringer. Der Geschäftsführer von Atelier & Friends in Grafenau versucht zusammen mit der Hilfe des Regionalmarketings, den sogenannten Glasatlas redaktionell auszuarbeiten. Denn die Branche sei vielschichtig und für jeden sollte etwas Nützliches am Ende dabei rauskommen. Es gibt unterschiedliche Kompetenzen, die vertreten sind. Zum einen gibt es ja Erlebnisreichtum und Kunstszene, die in Niederbayern vorhanden ist. Darüber hinaus gibt es aber Betriebe, die hoch spezialisiert sind und in die ganze Welt hinaus ihre Produkte vermarkten. Nach dem Gespräch in einer ansonsten menschenleeren Mensa in Deggendorf geht es dann wieder zurück ins Auto. Der letzte Termin des Tages für Michael Kliebenstein steht an. Und auch, oder gerade wenn es ums Geschäftliche geht, hier spielt dann doch auch die bayerische Gemütlichkeit eine große Rolle. Und Verträge ganz besonderer Art. Aber dazu morgen mehr beim letzten Teil unserer Wochenserie hier auf ISA TV. Ein langer Arbeitstag nähert sich dem Feierabend. Doch bevor es langsam nach Hause geht, steht noch ein letzter Tagesordnungspunkt im Terminplan von Michael Kliebenstein. Der letzter Punkt des Abends ist die Brauerei Aldersbach in Aldersbach. Wir treffen hier Baron von Arrentin, um mit ihm über zwei Punkte zu sprechen. Zum einen über die Organisation des Jahrestreffens der Botschafter und über eine Organisation einer Pressekonferenz, die wir zur Landesausstellung Bier in Bayern 2016 machen wollen. Gespannt darf er sein. Angespannt, aber nicht. Der Baron zeigt sich gastfreundlich und lädt den Vertreter des Regionalmarketings und seine treuen Begleiter, in diesem Fall uns, in seine Wirtsstube. Zwischen Fußballhelden, wilden Kreaturen und Holzschnitzereien werden intensive Gespräche zum Botschaftertreffen und der Landesschau Bier in Bayern geführt. Offensichtlich konnte man sich auf die Details einigen und so zeigt sich Baron von Arrentin entsprechend zufrieden. Das Kloster Aldersbach befindet sich gerade im Abschluss der Renovierungsarbeiten und wird sich also für 2016 für die große Landesausstellung Bier in Bayern hübsch machen. Und wir freuen uns natürlich, wenn die Botschafter Niederbayern schon im Vorfeld sich Aldersbach anschauen, um dann von Aldersbach berichten zu können, wenn sie über Niederbayern berichten. Und wie es sich für einen niederbayerischen Vertrag gehört, wird solch eine Abmachung weder mit Kugelschreiber noch mit Blut besiegelt. Nein, hier gilt das Wort unter Gentleman. Ein Handschlag und die Zusammenarbeit ist entschiedene Sache. Zehn Stunden lang haben wir den Geschäftsführer des Niederbayernforums begleiten dürfen. Doch ganz zu Ende ist der Arbeitstag für Michael Kliebenstein noch nicht. Der erste Bürgermeister von Aldersbach, Harald Mayerhofer, hat vom Treffen erfahren und gesellt sich noch zu den beiden frischen Geschäftspartnern. Mit diesen Bildern uriger Atmosphäre lassen wir die drei unter sich sein. Gemütlichkeit ist nach so einem Arbeitstag auch endlich einmal angebracht.